Ich heiße Richard Sammel. Ich bin deutscher Schauspieler, in Heidelberg geboren und damit verdiene ich, seitdem ich professionell bin, mein Leben, also seit über 35 Jahren. Was bedeutet EU Media Programme für Sie? Die Media Programme war der erste Audiovisual Initiative in Europa, zu bringen Menschen aus vielen anderen Ländern. Es ist eine Möglichkeit, zu treffen viele andere Menschen. Es ist eine gute Organisation. Es ist nicht für mich, es ist für meine Produkte. Wenn ich mich über das, denke ich an Co-Produktionen. Co-Produktionen sind wirklich essentiell für europäische Filme. Der Europäische Medienprogramme ist über die Beziehung des Talents. Die Beziehung, damit man es leichter kann. Ich kann keine Filme, die ich habe, ohne die Medienprogramme. Wir brauchen sie wirklich nur, um Filme zu machen. EU Media Programme ist die Art der Europäische Dimension des Art. Es klingt... etwas gut. Sorry. Es hilft mir zu unterstützen meine Unternehmen und die Europäische Filme zu so viele Menschen aus der Europäische und Irlande. Es macht wirklich die Unterschiede, in terms of being able to starten, zu machen Filme. Es bedeutet wirklich, zu entwickeln unsere Filme in eine richtigartige Weise. Freiheit zu machen Filme, überall, wo du willst, wenn du willst, und mit dem du willst. Wir alle lieben historien. 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 Wir alle lieben historien.